Hallo Schachfreunde, hier ist der Sascha für euch und heute habe ich ein kleines Ankündigungs- und Newsvideo hier für euch, in dem ich euch das ein oder andere Neues zum Kanal erzählen möchte. Und damit ihr in der Zeit auch was Schönes zu tun habt, habe ich hier mal eine kleine Stellung aufgebaut. Weiß ist hier am Zug und ihr könnt ja mal versuchen, den besten Zug zu finden. Zum einen haben viele von euch sicherlich bemerkt, die schon etwas länger auf dem Kanal sind, dass die Videofrequenz stark zurückgegangen ist. Das ist, glaube ich, am Ende des Tages auch sehr gut so, denn manchmal ist weniger einfach mehr. Ich persönlich bin tatsächlich mit den neueren Videos wesentlich mehr mit der Qualität und Planung zufrieden und ich denke, das zeigt sich auch an den Zahlen dazu, wie das Feedback zu den Videos ist, wie häufig die einzelnen Videos angeguckt werden. Ich denke, das ist ein guter Schritt und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich das ganze Leben mittlerweile wieder normalisiert habe. Ich selber arbeite ja für die, die es noch nicht wissen, in der Gastronomie und ja, bei uns ist jetzt quasi wieder eine Art von Alltag eingekehrt, wobei natürlich immer noch mit den ganzen Hygienemaßnahmen und so es eigentlich noch eher mehr zu tun ist, als es vorher bereits war. Von daher, ja, ist natürlich auch Zeit hier ein Faktor und man hat einfach nicht mehr so viel Zeit, wie das noch vor einem Monat oder so war. Und dementsprechend, wie gesagt, ist die Frequenz einfach zurückgegangen. Es soll aber bei dem bleiben, was auch auf der Startseite des Kanals im Prinzip angekündigt ist. Also drei Videos pro Woche sollen eigentlich nach wie vor online kommen. Hierbei kann es natürlich mal sein, so wie in dieser Woche auch, dass sich das um einen Tag verschiebt. Also ich hatte zwar immer so mit in Planung die Tage Dienstag, Donnerstag und Samstag, dass da jeweils ein Video hochgeht. Aber je nachdem, wie ich dann frei habe, wie gesagt, bei der aktuellen Situation bei mir im Hotel, ist es einfach nicht möglich, dann wirklich auch den Tag so zu garantieren. Von daher, ja, sollen die drei Tage hier mal außen vor sein. Aber abgesehen davon soll es eigentlich dabei bleiben, dass drei Videos die Woche auf jeden Fall hochkommen, damit ihr da mal wieder neue Sachen erlebt. Und solltet ihr bisher noch nichts von den drei Videos pro Woche mitgekriegt haben, dann wird es auf jeden Fall mal Zeit, jetzt schnell hier den Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken, damit ihr auch alles in Zukunft mitbekommt. Ansonsten habe ich noch eine kleine Ankündigung. Und zwar wurde ich in einem Kommentar gefragt oder hier und da jetzt auch schon ein, zwei Mal, ob man nicht mal gegen mich spielen kann. Und das nehme ich jetzt heute als Anlass, mein erstes simultan zu planen und hiermit auch anzukündigen. Und als Termin habe ich mir rausgepickt, den nächsten Donnerstag. Das ist also der Donnerstag, der 23.07. um 19 Uhr. Es können so viele Leute mitspielen, wie gern möchten. Ich werde das nicht begrenzen. Ich habe tatsächlich früher mal die Vorstellung gehabt oder den Traum gehabt, ein sehr, sehr großes Simultan tatsächlich selber zu spielen und durchzuführen. Und vielleicht werden wir das ja tatsächlich dann online früh irgendwann auch mal bewerkstelligen. Von daher habe ich gesagt, ich werde die Teilnehmerzahl erstmal nicht begrenzen. Ich habe innerhalb meiner Leaches-Gruppe einen kleinen Post gemacht. Und wenn ihr jetzt schon wisst, dass ihr an dem Simultan teilnehmt, wäre es sehr schön, wenn ihr vielleicht dem Team beitretet und dann einfach auf diesen Forum-Post kurz antwortet. Dann kann ich die Teilnehmerzahl insgesamt ein bisschen besser abschätzen. Ihr könnt natürlich genauso gern hier unter das Video schreiben. Ja, bin auf jeden Fall dabei. Wäre halt noch schön, wenn ihr es dann nicht parallel auch nochmal in dem Forum macht. Sodass ich einfach die Teilnehmerzahl ein bisschen besser einschätzen kann. Wenn wir hier wirklich in einem Bereich sind von, ja, ich sag mal irgendwie bis zu fünf Spielern oder so, dann würde ich halt vielleicht einen anderen Zeitmodus machen, als wenn nun 15 Spieler gegen mich antreten. Ich möchte euch natürlich gern möglichst viel Zeit geben, auch tatsächlich eine vernünftige Partie zu spielen und darüber nachzudenken. Ich selber werde wahrscheinlich eher mit weniger Zeit auch ganz gut hinkommen. Allerdings ist es halt eine Frage des Handlings. Und gerade für den, der halt simultan spielt, ist halt, die Zahl der Gegner macht halt einen großen Unterschied, wie viel Zeit er vielleicht auch haben sollte. Einfach damit er nicht nur zum Schluss in Zeitnot irgendwelche Züge machen muss. Einfach nur, um nicht auf Zeit zu verlieren. Das ist dann nicht ganz Sinn des Modus. Ich werde dann für alle, die in der Leaches-Gruppe sind, natürlich dann auch kurz vorher den Turnier-Link im Prinzip verschicken. Also am besten ist, wie gesagt, ihr tretet dem Team bei. Dann bekommt ihr kurz bevor es losgeht, also eine halbe Stunde vorher oder so, den Turnier-Link. Und dann könnt ihr mit daran teilnehmen. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf und möchte vielleicht nochmal kurz hier für alle sagen, die es noch nicht mitbekommen haben, auch wenn ich schon hier und da mal gefragt worden bin, wie es denn mit Streamen aussieht. Streamen wird aktuell erstmal eine Zeit lang noch nichts werden, da ich alles vom Handy mache und man bei YouTube erst ab 1000 Abonnenten per Handy live streamen kann. Wenn man das halt alles vom PC macht, dann gibt es dort keine Begrenzung. Dann kann man das im Prinzip direkt machen, wenn man seinen Kanal startet. Aber beim Handy gibt es da, warum auch immer, Einschränkungen. Von daher wird es einen Livestream zudem simultan nicht geben. Ich werde es aber natürlich versuchen, nebenbei aufzuzeichnen und dann hier hochzuladen, sodass ihr es dann quasi nachher aber auch im Prinzip live gucken könnt. Und wenn sich natürlich da spannende Inhalte finden in diesen Partien, dann werde ich auch die einzelnen Partien nochmal analysieren oder Teile davon vielleicht nehmen, um daraus nochmal Taktikaufgaben oder was auch immer da so ein Spannendes passiert dann zu machen. Wenn ihr noch irgendwie Fragen, Wünschen dazu habt, wie immer, schreibt es gern in die Kommentare. Schreibt auch gern in die Kommentare, wenn ihr sagt, ja Sascha, da würde ich grundsätzlich gern mitspielen. Aber dieser Tag, diese Uhrzeit ist nun gerade ganz blöd für mich. Ich werde, ich mache das jetzt, weil das mein freier Tag ist und ich den Tag jetzt gut nutzen kann und weiß, dass das da auf jeden Fall funktioniert. Für die Zukunft müssen wir sonst mal gucken, ob ein anderes Datum, ein anderer Tag, eine andere Uhrzeit, wie auch immer besser ist. Aber wie gesagt, dazu wäre halt ganz toll, wenn ihr mir dafür Feedback in die Kommentare schreibt, dann weiß ich da auch Bescheid. So, nun wird es mal langsam Zeit, diese Aufgabe hier zu lösen und vielleicht gucken wir ganz kurz mal gemeinsam drüber. Wer erstmal durchgezählt hat, stellt fest, okay, weiß hat eine glatte Figur mehr. Steht hier also auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Es gibt jede Menge verlockende Züge. Die Dame kann natürlich hier ja auf viele Felder ausweichen, um hier vielleicht den Turm E4 zu schützen und ja, dann kann man natürlich hier irgendwie weiterspielen. Doch, der kühle Rechner hat hier bemerkt, dass diese Dame hier überhaupt nicht interessiert und weiß hier einfach nur den Zug H6 machen muss. Das droht matt auf G7 und wenn die Dame hier nun geschlagen wird, dann gibt es eine hübsche Folge von H7 Schach. Das Feld F7 ist vom Springer kontrolliert, der König muss also in die Ecke und Springer G6 ist nun matt. Hier gibt es nach H6 auch keine sinnvollen Alternativen, wenn man die Dame halt jetzt nicht schlägt, sondern stattdessen einen Zug macht wie Turm A7 oder so etwas, macht das natürlich alles keinen Unterschied. Hier kommt immer genau die gleiche Zugfolge, die dann hier auch matt setzt. Das Einzige, was das matt hier im Prinzip etwas rauszögert, wäre der Versuch Turm F7. Allerdings ist auch das sehr trostlos, denn dann müsste man hier mit dem König nun weggehen und dann könnte er sich weiß hier die zweite Dame holen und naja, dass das hier nicht funktioniert, das ist glaube ich relativ offensichtlich. Und jetzt bist du dran. Hier links kannst du den Kanal abonnieren und rechts geht es zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.